2. Mal Taschbundfus. Weißt du was schönes? Wenn der Gastkommentator ein anderes Spiel kommentiert. Ja, mein Spiel, wir sind schon in Minute 9, jetzt Minute 8. Und ich habe noch keine Schüsse gefahren. Was zur Hölle? Fährst du auf dem Berg? Nee, bis ich da oben bin. Alter, ich muss eine richtig geile Tarnung haben. Wo fahren die denn dann? Ich will da vorne zu dem Haus. So schnell wie ich bin, könnte das sogar was werden. Ein Hörfchen und ein Herd. Ein Herd? Ja, ein Herd. Hä? Scheiße, da steht ein Haus vor? Ja, ne, ist klar. Das Spiel ist so troll, ey. Troll? Das trollt doch sowas von, ey. Ich habe keinen einzigen gesehen, ne? Sind zerlegt worden. Wir haben alle im Wald gestanden. Wenn ich nicht so wenig Damage machen würde, ne? den den hier der war getrackt einfach weiter auf die Position schießen. da ist die sau oh das ist ja das ist ja ein 1s ehrlich jetzt nicht mehr davon ist ein jagdpanzer jetzt geht man lieber auf den schießt vor allem auf den fahr vor ich brauche hier deine hilfe was ist mit dem aleko hinter dir? ja der steht drüben der kämpft da hoffe ich das kann ja nicht wahr sein das kann ja nicht wahr sein und schießt auf mich hat auch getroffen der rest ist da hinten im wald und jahre da drüber kam nicht durch aber ich glaube Kette ging auf mich aber Zucker mal noch ein Kill Anni bleibt am Leben Kriegst du die Ari Zucker? Wo ist sie denn? Ja nur hinten in der Ecke wahrscheinlich ja ganz gut soll ich unsere erschießen? damit du dir noch hier ist egal hat sich das kann doch nicht wahr sein ey wo steht die denn? ach die steht bestimmt drüben auf null ne? meinste? das war schmerzhaft Toco hatte recht behalten ja genau ängerlich der Tod hätte nicht sein müssen der Tod nein ja sonst doch nur ein TF2 mein ständiger Begleiter hab die Ari gerade versucht richtung bergab zu holen? ja bestimmt aber da ist ja der Jagdpanzer theoretisch der sie begrüßt ich habe aber auch nicht mitbekommen dass die ersten Ari Schüsse auf mich gegangen äh also von der Richtigkeit gekommen sind diese Panik weißt du? 28.000 Ausrufezeichen ich glaub die sind doch nicht da ist er doch oh schade naja damage konnte es noch machen hier ach fikt euch doch packteam ey schon wieder so wir haben die vierte Runde äh vierte Spiel in Runde gewonnen in Folge meine ich natürlich in Runde gewonnen und in Folge ich kann trotzdem nicht mit euch fahren weil ich grad richtig weil du einfach zu schlecht bist den Schmalturm fahre der Schmalturm hat ne Einstufung von 6 bis 7 wenn ich mit euch mit den fahre und ich komme ins Achter dann bin ich da total unterlegen wie immer halt